Apollonia in den Top 100, als 93. der Weltrangiste, so gut wie noch Niklas, zumeist gegen höher eingestufte Gegner, in die Weltspitze geschossen, ist der einzige jetzt in seinem Team, der schon im Vorjahr in Ochsenhausen gespielt hat. Vorhand, steht nicht ganz so nah an der Platte, will sich den Raum für seine Vorhandschläge, deshalb, wie wir hier sehen, was alles möglich ist, das hat der Österreicher gezeigt, bei der Europameisterschaft, als man Portugal 3 zu 0 geschlagen hat und er in seinem Duell auf Apollonia mit 3 zu 2. Daniel Habeson, also beide Spieler haben sich in den letzten Monaten enorm verbessert, Apollonia natürlich noch auf etwas höhere. Mit eigenem Aufschlag für den Niederösterreicher. Und die holt! Das klappt im Moment. Das ist ein Mann aus Portugal. Führt zum 5 zu 3. Ganz stark gespielt hier. Beim Spielstand von 1 zu 1 bei den Damen und bei den Herren, da führt SVS. Oh! Hier noch einmal dieser sehr schöne lange Ballwechsel. Abeson wartet auf die Gelegenheit, die Vorhandseite aufzumachen von Apollonia, aber dann verspringt der Ball unglücklich. Mit 2 zu 0 setzen davon. Oh! 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 Ah, der beste Ballwechsel in diesem Spiel. Volleyball gespielt, die SVS Post Damen und auch Basketball von den Flying Foxes. Handball, pardon. Aber auch für Kulturveranstaltungen, Messentagungen ist diese Halle konzipiert. 20 Kubikmeter Beton wurden hier verarbeitet auf 27.000 Quadratmeter. Zwei Hallen, hier haben wir diese Mehrzweckhalle. Und gleich daneben gibt es die Werner Schlager. Die beliebte Wipptischtennis-Troffe von Werner Schlager hier. Und mit dieser Champions-League-Begegnung, die gut begonnen hat mit zwei Siegen. Das Spiel ist erst vor kurzem sein Match. Stark verteidigt von Apollon, ja. Aber dann, der Ball. und beiden Spielern. Da haben wir ihn. Thiago Polonia holt den Pflichtpunkt für seine Mannschaft, möchte ich sagen. Als bester Spieler seines Teams in der aktuellen...